Ladebildschirm. Wir müssen uns auf die Ankunft der Reaper konzentrieren. Darum kommen die Asari nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Viel Glück, Commander. Und leben Sie wohl. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. So, hallo. Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf. Bei diesem Plan mitwirken kann. Gareth sagt, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Gareth. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen. Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nö. Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Palamon. Und meine bei der Erde. Nett, nett. So, was haben wir hier noch? Die Allianz repräsentiert die ökonomische, politische und militärische Macht der Menschheit in der Galaxie. Ihre Truppen werden ausgeführt. Die Allianz hat ein neues Labor auf Asenktom-Ansinnes-Labor. Ach ne, hier. Primarch Victus hat einen Kriegsgipfel einberufen und in einem ungewöhnlichen Schritt auch die Kroganer dazu eingeladen. Treten... Ne. Treffen sie sich mit dem saliarischen Schiff und benutzen sie die Normandy als neutrales Gebiet für den Gipfel. Aha. Dann würde ich sagen, wir gehen hier. Und ich hoffe, wir verlaufen... Was war das denn? Commander, EDI ist offline. Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht. Und die KI-Kerndiagnose streitet auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Deck 3. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Versuchen Sie, EDI zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Ja. Ich versuche gerade die Systeme neu zu starten. Aber etwas blockiert mich. Ich versuche gerade am Werk. Sie haben EDI auch eingestellt. Crew Deck. So. Die Kleine kriegt das schon hin. Und wir kriegen das jetzt auch hin. Wo müssen wir lang? Ja. Hallo. Hm. Hallo. Keiner zu Hause? Okay. Kann ich mit leben. So. Hier. Hallo. Noch keiner zu Hause? Okay. Wir sind hier auf Deck 3, ne? Hallo. Okay. Toilette. Okay. Das heißt, hier hinten. Ja, das sieht schon besser aus. Ja. Alles im Lot. Liaras Büro. Oh. Hallo. Komm schon mal weiter. Hallo. Ich bin hier hinten. Hallo. Hau. Hallo. Was sind Sie? Ich bin Glyph, ein VE-Assistent von Dr. Tessoni. Ich sortiere und katalogisiere Daten. Ich soll Sie auf ein Terminal aufmerksam machen, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Es analysiert Informationspakete. Wenn Sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für Sie. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tessoni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Danke. Hallo Liara. Oh. Hallo, hallo. Shepard, was ist da los? Etwas ist im KI-Kam. Edi, Sie sollten schnell dahin gehen. Ich sehe auf meinen eigenen Computer nach. Okay. Da, da, dam, da, dam. Hier noch jemand drin? Tatsache. Gehen wir mal da rein. Mal gucken, ob Sie was von uns wollen. Hallo. Na? Die automatischen Systeme haben das Feuer eingedämmt. Es müsste jetzt sicher sein, reinzugehen. Wir folgen Ihnen. All right. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer, oder so. Ich kläre das. Oh. Edi, was ist denn? Ähm. Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Herr Shepard? Oh, scheiße. Edi? Ja. Sie sind in Dr. Ivas Körper. Nicht ganz. Aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Das ist ja... Ähm. Ja, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in Ihrem Speicher Informationen über das Proteanergerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert, und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum... Stillstand. Daher das Feuer. Edi, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen Sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren, wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die die Normandy nicht erreicht. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Meck keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sich skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat Sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Ja. So. Gibt es hier noch? Bonuskräfte. Verstärkung. Kaufen. So. Objekt gekauft. Verstärkung. Hey. Gehen wir mal zu Joker. Wenn er überhaupt da drin ist. Wir haben in wenigen Stunden zwei Schlachtschiffe verloren. Doch nicht. Ich sehe die Zahlen auch und mir gefallen sie ebenfalls nicht. Wir müssen die Sache umdrehen. Und zwar schnell. Nun, Sie können Shepard vertrauen, Sir. Wenn jemand die Krogana zur Zusammenarbeit bewegen kann, dann er. Danke. Ich lasse mich darauf. Gareth, Sie haben also sofort mit der Arbeit begonnen. Nach den letzten Ereignissen ist das Kalibrieren eines Geschützes der reinste Urlaub. Und es lenkt mich ab. Wir brauchen Sie aber nicht nur fürs Ziel. Oh, ich bin bereit. Aber große Geschütze brauchen wir sicher auch. Jede Menge sogar. Die Ereignisse auf Palavin beweisen das. Ob es wirklich klug war, alles zurückzulassen? Ähm. Auf der Erde war dieser Junge höchstens sechs oder sieben. Als sie Normandy dem Angriff entkam, habe ich ihn sterben sehen. Irgendwie lebe ich noch und er nicht. Mit den Reapern recht zu haben, fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Wir wussten beide, es wird ein harter Kampf. Und den haben die Reaper geliefert. Meine Regierung hat wenigstens zugehört. Oder so getan. Ich habe eine Einsatztruppe bekommen, damit ich den Mund halte. Sie sind nun Experte und Berater? Sie waren dabei mein Vorbild, Shepard. Wenn man laut genug schreit, kommt irgendwann wer und fragt, was der Krach soll. Nicht, dass Sie tatsächlich etwas dagegen tun. Und wollen dann, dass man ihn abstellt. Nicht so wie früher, was? Wir sind jetzt respektabel. Und dieser Respekt wird begleitet von jeder Menge schlafloser Nächte. Ich kann nicht mal zählen, wie viele Leben von uns abhängen. Na ja, wenn es mal ganz übel aussieht, und das kommt bestimmt. Denken Sie dran, einer Ihrer thorianischen Freunde schläft auch nicht besser. Und er würde Sie liebend gerne an der Bar treffen und unter den Tisch trinken. Wollen Sie noch über was anderes reden? Nö, nö. Das ist vorerst alles. Wirklich schön, dass Sie zurück sind. Diesen Kampf verpasse ich bestimmt nicht. Ich bin sicher, hier unten hat jemand Mist gebaut. Ich muss das alte Mädchen wieder in Bestform bringen. Ja, mach das mal, ne? Oh, Panzerbrechende Munition entriegelt. Verfügbar auf der Krankenstaktion. Gehen wir mal zur Krankenstaktion. Da, da, dam. Da, da, dam. Da, dam. Mal wieder den Aufzug finden. Nicht, dass es wie beim letzten Mal hier jetzt gleich so abläuft, ne? So fünf Folgen nur hier rumlaufen. So, wo war das hier? Krankenstation. Ach so. Ist hier schon, oder was? Moment. Was? Das wird verarschen. Maschinendeck. Mannschaftskartiere, Mannschaftskasino, Lounge, Krankenstation. Okay. Wo sind hier die Krankenstationen? Ach, das war doch bestimmt... Mhm. Ja, ja, ja. Gehirn. Erinnere dich. Das hier, oder was? Ist das die Krankenstation? Ja, das ist die Krankenstation. Kaufen. Crates haben wir denn eigentlich? Och. Reich wie sonst... Warte, was war das? Verstärkung. Kaufen. Kaufen. Moment, was haben wir denn? Egal. Ich sage dazu jetzt nichts. So, Objekt gekauft. Panzerbrechende Munition. Objekt gekauft. Verstärkung. Objekt gekauft. Panzerbrechende Munition. Ja, das haben wir jetzt alle so fünfmal gekauft ungefähr. Wo laufe ich hin? Hier. So, Kampfinformationszentrum. Ich glaube, da müssen wir hin für die nächste Mission. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Ich denke, hier müssen wir weiterhin nichts wirklich machen. So, Manae, Logbuch. Den größten Mond von Palavin umgibt schon seit den Anfangstagen des thurianischen Raumzeitalters ein großes Geheimnis. Während der Groganischen Rebellion erklärt die Hierarchie nahezu alle Daten über Manae und seinen Schwestermond Ananus für vertraulich, weil sie befürchtete, die Groganer könnten die Monde als Waffe benutzen und sie auf die Oberfläche von Palavin stürzen lassen. Einige Informationen wurden aber dennoch bekannt. Es gibt Bilder von thurianischen Basen, auf denen Personen ohne Umweltanzüge herumgehen, was auf eine umfassende Infrastruktur hindeutet. Wahrscheinlich ein Netzwerk unterirdischer Tunnel mit Masseneffekt-Feldgeneratoren, die auf breiten Streifen der Oberfläche für Wärme und Atmosphäre sorgen. Den Plänen der Reaper, diese Basen zu bombardieren, begegneten die thurianische Flocke und die Raumschiffabwehr des Mondes mit erbittetem Widerstand. Der vermeintlich leichte Sieg fand nicht statt und die Reapers setzten daraufhin zahlreiche Wohntruppen ab, um die Basen nacheinander zu erobern. Die Thurianer sind zwar die überlegende Streitmacht, aber der Reaper haben die Geduld, sie langsam in die Knie zu zwingen. Mit jeder von Reapern besetzten Basis hat die thurianische Flotte eine Anlaufstelle weniger, um Reparaturen durchzuführen oder Treibstoff aufzunehmen. Entfernung zur Sonne geheim, bla bla bla, Radius geheim, bla bla bla, okay, so wie, ah hier, genau, Rechtsklick scannen.